Wir sind Horst und Hans und das ist Neighborhood Barbecue. Das ist für alle, die mehr wollen als nur eine Bratwurst auflegen. Da sind wir wieder. Herzlich Willkommen zur neuen Folge von Neighborhood Barbecue. Wir wollen heute mal Hülchen zubereiten. Das haben wir schon ewig lange nicht mehr gemacht. Und deshalb wollen wir heute mal so richtig übertreiben. Wie ihr seht, die Pfanne ist voll. Wir versuchen heute mal kein neues Gericht, sondern wir wollen für uns mal aufprobieren, wie man dieses Hethi Collableux als Schicht Collableux in dem Dutch open machen kann. Wenn ihr sehen wollt, wie das geht, bleibt dran. Vorher stellt Hans noch in die Zutaten vor. Also, wir haben hier natürlich einen ganzen Haufen Hühnchenbrüste. Dann haben wir hier Jungen Gouda Käse. Dann haben wir hier Schinken, Kochschinken ist das. Vier Gemüsezwiebeln, die werden wir gleich noch klein schneiden. Dann eine x-beliebige Barbecue-Soße. Hier haben wir ein Hühnchengewürz. In unserem Fall ist das Bombay Chicken. Das wollten wir unbedingt schon mal ausprobieren. Ihr könnt aber jeden Rub nehmen, der euch gut gefällt. Und das war es eigentlich schon an Zutaten, richtig? Genau. Also, fangen wir an, alles fertig zu schnippeln. Und dann sehen wir es wieder. So, kommen wir zum Schritt 1. Wir halbieren einfach unsere Hühnerbrüste. Damit wir sie einfach besser nachher stapeln können. Aufpassen. Mit den Fingern. So. Schöner reintun wieder. Hans wird die anschließend würzen. Selbe Spiel hier. Mal einfach schön in der Mitte durch. So. Fertig. So. Im nächsten Schritt werden wir jetzt würzen. Hans, Kopf drauf mit dem Gewürz. Ja. So. Einfach dick drüber. Gut. Danke. Warte, hier noch ein bisschen was. Und da. Ja. Ich würde erstmal ein bisschen Bewegung reinbringen, ne? Ich weiß ja, alles was hier bewegt ist in Ordnung. Der Rest ist totes Fleisch. Oh, das riecht gut, ne? Das riecht klasse. Was wir noch gar nicht verraten haben, liebe Leute. Heute Abend gibt es was ohne Rotwein, was uns echt weh tut. So sieht es jetzt fertig aus. Wir haben alles gewürzt. Jetzt im nächsten Schritt werden wir den Dutch Oven gefüllt. Dazu werden wir jetzt alle Zutaten die wir haben, wie Zwiebeln, Käse, Kochschinken, hiermit herstellen und dann sehen wir uns wieder beim Einschichten. Nun beginnt der nächste und schwierigste Schritt. Wir werden die ganzen Zutaten in den Topf gefördern. Dazu haben wir ihn natürlich schräg gestellt, damit die Schwerkraft unser Fleisch in die Umkippen lässt. Dazu haben wir hinten einfach eine Dose hintergestellt, damit der Ofen schräg steht. So. Fangen wir an. Ein paar Zwiebeln auf den Boden. So. Die machen wir nur dafür rein, dass es nicht anbrennt am Grund und am Boden hier. So. Okay. Jetzt noch ein paar an der Seite. Jetzt nehmen wir ein bisschen Kochschinken. Klingeln rein. Dann werden wir ein bisschen Käse dazu tun. Käse. So. Jetzt kommt wieder Hühnerbrust. Und liebe Leute, so machen wir jetzt den Pott voll. Wenn wir fertig sind mit dem Einschichten, sehen wir uns wieder. Er ist fertig eingeschichtet. So sieht das jetzt aus. Fix und fertig. Jetzt gleich im Anschluss kommt noch ein bisschen Barbecue-Soße drüber. Dazu stellen wir natürlich den Topf der Garde und werden uns mit der Barbecue-Soße vergnügen. Ja, wie von Horst schon versprochen, jetzt kommt ein bisschen Barbecue-Soße rüber. Wir verteilen das einfach Pi mal Daumen. Und die, so erhoffen wir uns, soll dann komplett schön durchsickern, wenn es erwärmt wird. Und so geht das Teil jetzt schön in die Kota. Ja, der Dutch Oven ist fertig vorbereitet. Wir haben jetzt ganz genau 9 Kohlen unter dem Dutch Oven und 18 Kohlebriketts auf dem Deckel des Dutch Ovens. Das soll für eine Hitze von 190 Grad sorgen. Nochmal, wir haben einen 12er Tief. Und jetzt bleibt der Deckel erstmal geschlossen für mindestens anderthalb bis zwei Stunden. Knappe zwei Stunden sind rum. Wir wollen jetzt mal mit unserem nagelneuen Deckelheber den Deckel abheben. Wir hatten ja vorher einen Multifunktions-Deckelheber. Den konnte man übrigens auch als Wasserpumpenzange benutzen. Jetzt haben wir aber von einem befreundeten Kanal, nämlich dem Grill Mats, haben wir einen total geilen Deckelheber geschenkt bekommen. Den werden wir gleich ausprobieren. Oh, und der funktioniert! Ohhhh! Horst, was sagst du? Perfekt! Es ist soweit, wir gucken rein! Es ist angeregt, network BBQ wünscht einen guten Appetit! So, kommen wir zum Resümee, also kurz vorweg, dieses Schichtfleisch Cordon Bleu hat mit dem normalen Cordon Bleu so, außer mit den Zutaten eigentlich nichts gemeinsam. Man hat es auch gesehen, ansonsten, das war spitze, Geschmack war Bombe, das Gewürz kam super raus, Bombe wieder gemacht, ne? Egal, besser als Chef, komm. Nein, war einfach klasse, kann man nachmachen, kann man empfehlen. Also, für mich im Nachhinein, spitze, Wahnsinn. Ich schließe mich Horst komplett an und ich kann eigentlich nur noch sagen, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, wenn ja, gebt uns bitte einen Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal. Also, dann bis zum nächsten Mal.